Ja, in jedem Verein, wir wollen noch so ein bisschen einmal aus der Bundesliga raus ins internationale Geschäft und zwar wollen wir über die Premier League sprechen, auch wir haben vorher noch drei Fragen von Twitter, wie wir hier gerade gesagt, die ihr stellen konntet, ich habe euch ja gesagt, ihr könnt unter dem Hashtag Ad Broski mitdiskutieren und dann reden wir gleich über die Premier League, aber schauen uns dann erstmal an, was die Twitter-Community hier uns für Fragen gestellt hat und jetzt muss ich sagen, ist hier leider der Kameramann im Weg, deshalb kann ich die nicht vorlesen, jetzt geht's. Nico, mich würde interessieren, welches Spielsystem passt zu dir besser, das aus Freiburg oder das aus Dortmund? Muss der Dortmund jetzt sagen, oder? Dortmund. Ne, passen beide zu mir, deswegen, du entscheidest dich ja auch für das System, für das Verein, für den Trainer und ich habe mich bei beiden Vereinen wohlgefühlt bisher, deswegen, ich habe mich bei beiden wohlgefühlt, ich hoffe, dass ich mit Dortmund aber mehr Spiele gewinne als mit Freiburg. Gibt es denn einen gravierenden Unterschied, der dir als Spieler aufgefallen ist? Ne, jetzt so relativ nicht, vielleicht bei Freiburg wird mehr verteidigt als in Dortmund, also kann mal sein, dass der Stürmer auch mal zwei, drei Minuten im eigenen Strafraum verteidigt, das ist jetzt in Dortmund nicht so, weil du da mehr den Ball hast, aber sonst gibt es so viele Unterschiede auch nicht. Meistens mehr den Ball. Zumindest das Ziel. Dann wollen wir uns gerne die zweite Twitter-Frage anschauen und hier kommt eine Frage an den Steffen. Wie sehr bist du motiviert auf das Conference-League-Rückspiel und werdet ihr weiterkommen? Ihr habt ja am Hinspiel ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen. Ja, was wir das Pech gehabt haben, haben halt leider eine rote Karte bekommen und dann das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. In der zweiten Halbzeit dann nicht so zielgerichtet, unsere Chancen genutzt, aber auf jeden Fall sind wir motiviert. Wir haben viel dafür trainiert, für die englischen Wochen. Ich glaube, in Köln ist die Vorfreude auf Europa riesig, hat man im Hinspiel im Stadion gemerkt. So laut habe ich es da im ersten Spiel oder gegen Schalke nicht gesehen und es ist schon sehr wichtig oder wäre schon sehr wichtig, wenn wir weiterkommen. Und ich glaube, das Hinspiel hat gezeigt, dass wir auf jeden Fall gute Chancen haben. Ist es die Conference-League ja nicht bei allen Mannschaften beliebt, also zumindest bei den größeren? Ihr habt aber schon richtig Bock, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bis jetzt der einzige Spieler, ja fast der einzige Spieler, der Champions League gespielt hat oder europäisch überhaupt gespielt hat. Marc Uth hat noch Champions League mit Hoffenheim gespielt. Ja, mit Schalke auch. Wie könnte mir das entfallen? Das ist komisch. Nee, von daher, es haben schon alle riesig Bock, das Trainerteam. Für viele ist es, wie schon gesagt, das erste Mal. Für den Verein ist es auch was Besonderes und ich glaube, jeder, der schon mal europäisch gespielt hat, als Spieler, als Fan dabei war, das sind schon immer besondere Spiele, auch die Conference League. Wenn man jetzt Rom letztes Jahr als Sieger sieht, dann sieht man schon, dass da auch große Namen dabei sind. Und das ist, man hat bei uns gesehen, im Hinspiel ist kein Fallobst dabei, auf jeden Fall. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Das ist ein Same, mit dem wir arbeiten können. Dann lass uns gerne noch die dritte Twitter-Frage anschauen hier aus der Community. Und zwar geht die nochmal an Schlotti vom Hoffnungslosen. Oh, ich hoffe, die Hoffnung kommt zurück zu dir, mein Freund. Welcher Mitspieler hat dich in deiner Karriere am meisten geprägt und oder beeindruckt? Das würde mich auch mal interessieren. Boah, bisher wahrscheinlich mein Bruder, weil er aus meiner Familie ist. Wow. Ja. Nee, weil er mit Situationen umgeht, die auch für ihn jetzt nicht so leicht waren. Letztes Jahr, ich habe viel vor ihm gespielt und das Verhältnis hat nicht drunter gelitten. Und er hat mich immer weiterhin unterstützt und er ist jetzt auch, als ich den Medizincheck hier hatte, war er auch in Dortmund und hat mich bei der Unterschrift unterstützt. Und deswegen hat er mich so in den letzten drei, vier Jahren am meisten geprägt, weil er einfach immer an meiner Seite war und ich auch viel von ihm abschauen konnte, ob das fußballisch war oder von der menschlichen Seite. Dann haben wir da unsere Twitter-Fragen durch. Vielen Dank natürlich an jeden, der da auf Twitter mitdiskutiert hat. Das könnt ihr natürlich sehr gerne auch weiterhin tun unter dem Hashtag Ad Broski. Wir sind wie gesagt auf allen Social-Media-Plattformen unterwegs, da könnt ihr sehr gerne ein Follow da lassen. Wir werden jetzt als nächstes, wie schon angekündigt, über die Premier League sprechen. Auch die Premier League ist bereits in die Saison gestartet und lieferte die ein oder andere Überraschung. Was sagen unsere Gäste zum Saisonstart und wie ist die Prognose für das erste Ligaspiel zwischen Klopp und Ten Haag? Jetzt bei Ad Broski. Ja, auch in England rollt der Ball wieder. Und jetzt habt Nico mir leider schon vorweggenommen, dass er in England nicht so viel schaut. Aber du wolltest dir das Topspiel Liverpool gegen United nachher schon anschauen. Das werde ich mir anschauen, ja. Und ich hoffe irgendwie, dass Man United mal gewinnt, weil irgendwie sehr viel Häme über den Verein kommt und du aber die Startaufstellung ansiehst und du denkst, boah, krasse Mannschaft eigentlich und irgendwie sind sehr, sehr viele Spiele verlieren, was man nicht versteht. Ich habe vorhin mal im Chat gesehen, ich glaube, Ronaldo und Maguire sitzen auf der Bank. Mal schauen, vielleicht wird es heute was. Ich glaube, es ist nicht so leicht gegen Liverpool. Da haben schon manche andere Mannschaften verloren. Aber irgendwie hoffe ich ein bisschen, dass Man United heute gewinnt. Hast du in England so eine Favorite-Mannschaft oder bist du da eher so stiller Beobachter? Da bin ich stiller Beobachter, aber du guckst natürlich die Mannschaften an, wo deutsche Spieler spielen. Jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, Timo Kai und Toni haben in Chelsea gespielt. Dann verfolgst du die ein bisschen mehr und freust dich für die Jungs, wenn die gewonnen haben. Deswegen habe ich so ein bisschen Chelsea verfolgt und sonst, ja, ich fand eigentlich Man United immer eine brutal gute Mannschaft. Ich glaube, das ist fast der größte Klub auf der Welt. Deswegen, ja, ein bisschen Man United und auch ein bisschen Chelsea. Steffen, wie ist es bei dir? Hast du so eine Mannschaft in England, der du vielleicht die Daumen drückst oder wo du ein bisschen gesondert da hinschaust? Oder bist du da auch eher stiller Beobachter? Ja, schon eher stiller Beobachter. Aber Liverpool ist natürlich immer was Besonderes mit dem Stadion, mit der Mannschaft. Irgendwie auch, klar, mit dem Trainer Jürgen Klopp ist auch immer was Besonderes. Und grundsätzlich, die Liga ist einfach interessant. Du hast sechs, sieben Vereine, die eigentlich theoretisch in jeder anderen Liga wahrscheinlich um den Titel mitspielen würden. Und hast dann mit Man City eine Ausnahmemannschaft irgendwie in den letzten Jahren, die aber dann den letzten Push europäisch irgendwie auch nicht hinbekommen. Von daher ist es schon interessant, einfach jedes Spiel zu sehen, wie eng auch die Spiele sein können. Statement von unseren Gästen hier, würde ich jetzt gerne einmal hören. Ist die Premier League, Jesko, die beste Liga der Welt? Die ist die Liga mit dem meisten Geld. Aber ich meine, zuletzt hat Real Madrid den Titel gewonnen in der Champions League, wie auch immer. Aber ich würde, also sie ist die bestvermarktete Liga der Welt, wie ich finde. Ich finde, sportlich ist sie gar nicht unbedingt die beste Liga. Aber wenn du dir mal, ich sage jetzt einfach mal, Burnley gegen Watford anguckst, ganz ehrlich, das ist nicht besser und nicht schlechter als Freiburg gegen Mainz. Applaudiert der Freiburger. Wie ist denn für dich? Siehst du die Premier League als stärkste Liga der Welt? Oder vielleicht auch die Bundesliga? Ich habe einfach brutal Lust immer auf die Bundesliga, deswegen ist für mich die Bundesliga die beste und die geilste Liga der Welt. Bei dir, Fabian? Für mich die spanische Liga. Ich bin ein großer Fan von der spanischen Liga und ich gucke nicht so viel Premier League. Ich muss aber sagen, wenn ich die Spiele gucke, dann macht es auch enorm Spaß, die Spiele zu gucken, weil die sehr intensiv sind, die Spiele. Aber für mich ist die beste Liga die spanische Liga. Bei dir, Steffen? Ja, ich glaube schon, dass die Premier League die beste Liga der Welt ist, wenn man sieht, welche Spieler sie holen, holen Top-Spieler aus Deutschland und sind gefühlt in England einer von vielen, die da geholt werden, wenn ich höre an Aufsteigern Nottingham holt. Für 160 Millionen Spieler und da sind die Spieler aus der Bundesliga, die in ihren Vereinen Top waren. Avonis zum Beispiel, ja. Avonis, Niakite, von Mainz, da sind die einer von vielen Transfers, von daher glaube ich schon, wie Jesko gesagt hat, da ist einfach das meiste Geld, das macht es im Fußball. In vielen Bereichen einfacher Erfolg verspricht es auch nicht, sieht man dann in der Champions League, aber ich glaube schon, dass es dann auch von den Spielern die beste Liga der Welt ist. Lass uns gerne über den kriselnden Giganten sprechen aus England. Manchester United, ich glaube, es tut allen so ein bisschen weh, dass man doch so negativ über Manchester United sprechen muss. Jesko, jetzt haben Sie mit Casemiro einen Weltklasse 6er verpflichtet. Denkst du, er könnte da das fehlende Puzzlestück sein? Boah, also ich glaube, da fehlt nicht nur ein Puzzlestück. Aber ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich jetzt mit einem Spieler zu beheben ist. Das ist halt, die haben halt diesen Prozess nicht geschafft, sich von Sir Alex Ferguson abzunabeln. Eigentlich ging es ja danach, hatten sie immer Probleme, aber das hast du halt nach so einer Ära, die geprägt wird, wie bei Arsenal ja auch. Da hattest du wenige Jahrzehnte dort sitzen und als der weg war, musstest du dich erst mal resetten. Und diesen Reset hat Arsenal jetzt geschafft, wie ich finde. Die werden eine deutlich bessere Rolle spielen und diesen Reset hat Man United immer noch nicht hinbekommen. Und da müssen sie, glaube ich, in den Köpfen des ganzen Vereins und auch in der Einstellung des ganzen Vereins mehr arbeiten, als nur neue Spieler zu holen. Aber Casemiro ist natürlich eine überragende Verpflichtung. Das war der Bodyguard von den ganzen Jugendstern bei Real. Also Fabian wird das besser wissen. Das strahlt schon, wenn er an Casemiro denkt. Wenn ich schon seinen Namen höre, dann muss ich lächeln, ehrlich. Das war eine Mauer hinten gewesen. Der hat alles abgeräumt. Also als Gegenspieler, ich als Gegenspieler hätte Angst, gegen ihn zu spielen. Also es war halt jemand, der im Mittelfeld wirklich auch Stand gegeben hat. Und ja, es ist halt ein herber Verlust für uns, für Real Madrid. Aber für Manchester, denke ich, auch vom Mindset her, ein Spieler, der die Mannschaft auf jeden Fall auch nochmal nach vorne pushen kann. Ich meine, Varane, Ronaldo jetzt auch da. Haben zusammen Titel ohne Ende gewonnen bei Real. Und ich denke, das wird Manchester auf jeden Fall eine Großhilfe sein. Was glaubst du, wird Casemiro Manchester United bringen? Du hast jetzt gerade von der Mentalität auch gesprochen, von der Führungsstärke. Genau, ja, die beiden Dinge. Führungsstärke, Mindset, vor allem auch für die jungen Spieler. Dass da jemand ist, der dir auch an die Hand nimmt. Und ich denke, das ist auch ein großer Puzzlestück, den Manchester United fehlt. Und mit Casemiro, wie gesagt, hast du einen Führungsspieler, hast du auf jeden Fall auch jemanden, der viel Erfahrung hat. Jetzt hat United den Saisonstart ja einmal wirklich kräftig vergeigt. Glaubst du trotzdem, dass Erik ten Haag da der richtige Mann ist, der auf der Bank sitzt? Denke ich schon, weil wenn man sich anschaut, was er bei Ajax gemacht hat, der hat die Mannschaft ja förmlich so zusammengebracht. Und ich finde, das ist auch das, was Manu fehlt, diese Teamchemie gerade einfach. Das ist das, was Manu fehlt. Und ich denke, mit Tenac hast du da einen Trainer, der weiß, wie es geht. Der weiß, wie der die Jungs zusammenbringt. Vor allem, wenn du da so Leute hast, die Erfahrungen haben, wie Ronaldo. Das könnte schon, beziehungsweise ich denke, das braucht seine Zeit. Definitiv, wie bei Arsenal. War ja bei Arsenal nicht anders, aber ich denke, in Zukunft, das wird wieder auf jeden Fall. Jesko, ist Arsenal vielleicht auch sogar mittlerweile, kann man sagen, ein gutes Vorbild? Ja, total. Also, wie gesagt, ähnliche Situationen. Und Arsenal hat es dann halt richtig gemacht. Die sind auch echt durch ein fieses Tal gewandert. Also, die haben ja eigentlich die gleiche Häme abbekommen, wie Man United sie jetzt abbekommt. Aber, wie gesagt, ich finde ja, Man United, das hat Nico ja auch gerade gesagt, die haben ja keine schlechte Mannschaft. Wenn ich mir da die Aufstellung angucke, das sind ja auch Bruno Van Nantz, ist er auch ein riesen Kicker, ein wirklich Wahnsinn. Aber sie kriegen es halt nicht auf den Rasen. Und da ist halt diese Gesamtstimmung, ist halt im Arsch. Das ist das Problem. Aber, wie gesagt, ich denke, ich glaube, da kommt jetzt wirklich die Wende. Also, Ten Hag, um mal ganz kurz auf den Trainer zu kommen, es bringt ja nichts, wenn du den dritten Trainer aus dem gleichen Grund entlässt, sondern da musst du mal über nachdenken, ob du an den Grund rangehst, warum du diese Trainer entlassen musst. Und da tut sich Man United schwer. Aber da kommen wir ja dann wieder auch dahin zu diesen ganzen Konstrukten, die es gibt in England, dass da halt eine Familie hinter sitzt, die damit Geld verdienen möchte. Denen ist dann der Sport vielleicht auch ab und zu mal gar nicht so wichtig, solange der Ruhe rollt. Aber ich finde auch, da musst du dem Trainer auch vertrauen. Also, es geht ja jetzt nicht von heute auf morgen. Also, ich finde, da musst du wirklich den Trainer mal halten für ein paar Jahre und einfach mal machen lassen. Weil, wenn du jetzt Druck von hinten bekommst, ich meine, wie bei Paris. Bei Paris wurde irgendwie jedes Jahr ein Trainer geholt. Und da war gar kein Vertrauen. Das heißt, du hattest den Druck. Und ich glaube, da ist wirklich auch der Schlüssel, Ten Hag mal machen zu lassen, ganz entspannt. Und dann sollte das auf jeden Fall aussehen. Aber kann man sich das im modernen Fußball, als so ein Fußballgigant, kann man sich das überhaupt leisten, wenn man jetzt heute vielleicht wieder gegen Liverpool verliert? Ich glaube sogar, du musst. Ich glaube tatsächlich, du musst wirklich diesen Schritt als Verein, als großer Verein zurückgehen. Klar, ich glaube, das Image leidet jetzt gerade auch sehr, sehr darunter. Aber wenn du wirklich wieder an die Spitze willst, wenn du wieder Champions League spielen willst, wenn du wieder große Titel holen willst, dann musst du den Schritt zurückgehen. Und genau, das finde ich, sollte der richtige Schritt sein. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal das Spiel tippen. Manchester United gegen Liverpool. Was denkt ihr, wie geht es aus? Yes, go. 3-1 Liverpool. 1-1. 2-1 Manu. Oha. Ich bin auch bei 3-1 Liverpool. Also haben wir immerhin einen Manchester United-Tipp hier. Nico ist bei einem Unentschieden. Dann drücken wir vielleicht so ein bisschen mal Manchester United auf jeden Fall die Daumen, dass das dann vielleicht in den nächsten Wochen wieder besser läuft. Ich glaube, man wünscht sich das dann von außen dann doch ein bisschen, dass so ein Traditionsfeier noch eben wieder zurückkommt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.